Herzlichen Dank vor allem an Timo. Das wäre wahrscheinlich im nächsten bisschen, wie es mir jetzt entstanden ist. Wir haben tatsächlich telefoniert wegen eines Workshops morgen. Und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie ich kam hier drauf. und mit Thesen und sag mal, hast du nicht Lust noch auf einen Vortrag vorher, du reißt doch Hörer vorher an und so, ja, so hat sich das entwickelt und dann dieser Thesenanschlag auch und sowas, das war alles Timos Idee, großartig, vielen, vielen Dank dafür. Über deine Luther-Affinität müssen wir nachher nochmal reden, das ist hier eine richtige Historie auch nochmal. Ich habe den allerdings auch mitgebracht, nicht nur als Bild, das war jetzt keine Vorankündigung. Genau, und ich steige mal direkt ein. Ganz kurz zu mir, ich mache seit 18 Jahren Recruiting, durfte irgendwie nie was anderes machen, also ich habe meinen Industriekaufmann gelernt, habe dann studiert und habe dann gefragt, was machst du so, bin dann irgendwie in die Personalberatung reingewischt und wollte da mal raus und dann haben alle gesagt, jetzt, Sie haben ja nur Recruiting gemacht bisher in Ihrem Leben, was anderes können Sie ja gar nicht und dann irgendwann war das auch durch und dann habe ich damit meinen Frieden gemacht und bin jetzt seit fünfeinhalb Jahren selbstständig und es entwickelt sich, also vom, ich komme ja aus dem operativen Recruiting, jahrelang Stellen besitzen, auch als Interimer für verschiedene Unternehmen und für Konzerne, einfach für so eine Drei-Mann-Boutique gearbeitet und mache jetzt auch noch operatives Recruiting, aber deutlich reduzierter, weil ich halt stärker unterwegs bin mit Trainingsworkshops, Vorträgen und so. Aber immer operativ an der Basis sozusagen, also so Strategien kann ich nicht, bin ich irgendwie intellektuell nicht so, ist nicht so meins. Ich habe einen Podcast und einen Blogkarz, aber ich hoffe, es geht auch an meiner Homepage, falls Sie später da mal reingeworfen wollen. Der Podcast ist relativ beliebt, freut mich sehr, kriege ich immer ganz nettes Feedback zu. So, und jetzt muss ich auch dazu sagen, ich habe diesen Vortrag so in dieser Form, ist das jetzt wirklich Premiere, ich habe schon Timo gesagt, ich hoffe, ich weiß die dreiviertel Stunde nicht, ich gucke immer mal so ein bisschen auf die Uhr, also wird auch für mich ein kleines Experiment, aber lasst euch da mal drauf ein, ich glaube, es wird ganz kurzweilig. Meine erste These, die haben wir tatsächlich nach vorne gestellt, die Gesetze der Industrialisierung stimmen nicht mehr oder funktionieren nicht mehr. Was meine ich damit? Wo kommen wir her? Das müssen wir uns ja mal, wenn man in die Zukunft schauen will, muss man erst mal ihre Geschichte kennen. Also wir müssen verstehen, wo kommen wir her? Und wir kommen natürlich aus der Industrialisierung. Das hat uns ja die letzten 400, 500, keine Ahnung, Jahre begleitet. Der Durchbruch kam mit Taylor. Taylor hat Ford erklärt, wie man das Auto für die Massen baut, indem er nämlich sagt, zerteile deine Arbeit in ganz, ganz kleine Schritte. Und Taylor hat ja dann auch eine Lehre daraus entwickelt. Es gab auch zu der Zeit viele andere Lehren. Taylor hat sich irgendwie durchgesetzt. Das ist jetzt nur mal ein Auszug aus dem Wirtschaftslexikon Gabler. Das kriege ich jetzt auswendig auch nicht hin. Aber ihr könnt ja lesen, der Punkt ist für mich, die Teilung der Arbeit in kleinste Einheiten, zu der wir eigentlich um keine oder nur geringe Denkvorgänge zu leisten, nötig sind, ja, und der Arbeitsinhalt schnell und repetitiv zu wiederholen ist. Das ist Industrialisierung. So haben wir unsere Jobs gebaut. Und ihr kennt das wahrscheinlich alle, zumindest früher noch, aber heute auch noch. Ich habe nicht einen Menschen und schaffe für den Jobs, sondern ich habe einen Job und suche genau den perfekt passenden Menschen. Und im Zweifel muss ich halt was abschneiden oder was quetschen. Oder ich nehme ihn halt nicht oder sie und warte auf jemand anderes, weil wir halt aus diesem industriellen Denken kommen. Und so funktioniert dann halt auch unsere Personalauswahl. Wenn wir einen Controller suchen mit ein bisschen Berufserfahrung, dann stellen wir ja keinen Vertriebler ein. Weil der hat das ja noch nie gemacht, der kann das ja nicht. Nein, wir suchen natürlich den mit fünf Jahren Controlling-Erfahrung. Und an Möglichkeit, wir suchen einen Gruppencontroller international mit 25 internationalen Auslandsgesellschaften. Dann nehmen wir halt auch keinen, der bisher nur im Puse-Muckel-Controlling gemacht hat, sondern der das schon mal kann. So, weil wir glauben, wer das schon mal gemacht hat, der kann das auch. Das ist natürlich ein Irrtum, ja, aber ist eine schöne Sache, die man gerne mal so übernimmt. Und deswegen sind unsere Auswahlkriterien halt auch ganz klassisch. Erstmal Fachwissen. Hast du schon mal Controlling international? Ja, dann weißt du ja, wie es geht. Und dann beherrscht man natürlich ein paar konkrete Tools, die man dabei anwendet. Und das Ganze leitet sich dann natürlich im Deutschland davon ab, dass man sagt, ja, der muss auch die entsprechende Ausbildung haben. Ja, also Controller sollte BWL studiert haben mit Schwerpunkt Controlling und nicht Psychologie mit Schwerpunkt, halt nicht sehr, was der ist. In dem gewerblichen, kaufmännischen Bereich, also ohne Studium ist es natürlich eh nicht. Und dann sagen wir an Möglichkeiten noch relevante Berufserfahrungen. Das heißt, wir werden Training, Marketing suchen, nach dem Studium, dann sollte er oder sie auch schon mal ein Praktikum im Marketing gemacht haben. Und den, der mit dem Praktikum Controlling den Namen halt nicht einweilt. Der ist ja zu weit weg. So, das ist mal meine Realität aus 18 Jahren Recruiting-Erfahrung. Ja, als Personaler hat er ganz viel mit Kunden diskutiert. Ja, wenn wir aber, so, jetzt drückt doch mal meine Augen zu und so, ne? Nee, machen wir nicht. Also es ist natürlich ein bisschen schwarz-weiß, ich mache das hier ja auch ganz pointiert, aber das ist meine Realität. So wählen wir heute aus, weil wir das so kennen von der Industrialisierung. Ist ein großer Fehler, erzähle ich euch nachher noch weiter wollen, das liegt. Ein zweiter Aspekt, den wir aus der Industrialisierung mitgenommen haben, ist, Erfolg ist, weil ich wollen können und machen. Also eigentlich ist Erfolg ganz einfach, du musst dir nur ein Ziel setzen und dann machst du dir einen Plan, wie du dein Ziel erreichst und dann gehst du wieder Schritte und dann bist du erfolgreich. Ja, das ist in der Industrialisierung, ich bin immer ganz böse, ich kenne Geschichten von Leuten, die ersten Vertriebene, die in Deutschland PCs verkauft haben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, für welche deutsche Firma das war. Fouillet, das war nicht Siemens, ist auch egal. Nichtsdorf, bitte? Nichtsdorf. Nichtsdorf, danke, genau. Habe ich in Bremen damals noch einen Vertriebler kennengelernt, der sagte, Samroschke, das war ein Traum, Sie mussten nur anrufen, ich bin von Nixdorf, ich habe hier die PCs, Sie sind bei jeder Vorstandsassistentin durchgekommen, Sie haben sofort einen Termin gekriegt. Wir haben die Dinger verkauft wie blöd. Ich versuche das heute mal. Heute ist der Markt gesättigt. In der Zeit der Industrialisierung war eigentlich nur die Frage, wo ist noch ein neuer Markt? Und dann kamen ja noch die Dampfmaschinen, es kamen Elektrizität, es kamen die Eisenbahnen, ja, also man hatte vorher seine Teppiche im Dorf, konnte man die verkaufen, 50 Kilometer, das Dorf war schon zu weit entfernt, das war zu beschwerlich. Dann kamen die Pferde, die Kutsche, dann kamen irgendwann die Eisenbahnen, konnten man die Märkte unendlich erweitern. Also ungesättigte Märkte, ja, und von daher war es ganz einfach, erhöhe die Produktion, nutze Taylor, produziere günstiger, verkauf, kriegst du das Zeug nicht mehr. Erfolg ist eigentlich ganz einfach, setzt ihr ein Ziel, macht ihr ein Plan. Und wir kennen alle die Geschichten von Nokia und anderen Unternehmen, die strugglen auf einmal mit Weltmarktführer und auf einmal gehen sie mal runter. Industrialisierung, die Gesetze, ich glaube, da müssen wir aufpassen. Das andere Thema ist, es gibt so ein Erfolgsmissverständnis, mal so ganz individuell gesprochen. Ich habe so zwei Zitate mitgebracht, einmal Nils Pflege, ehemals Top-Controller im Konzern, der jetzt unterwegs ist und Organisationen berät, wie sie sich eigentlich neu aufstellen müssen. Und er sagt, viele Organisationen sind vom Dogma-Indibida-Leistung durchdrungen, dabei ist Einzelleistung ein Mythos. Und Prof. Dr. Hossim, einer unserer Top-Icon-Diagnostiker, sagt, das Problem ist, dass wirklich niemand ein auch nur im Ansatz funktionierendes Modell vom individuell verursachten beruflichen Erfolg hat. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich suche einen neuen Vertriebsmitarbeiter, dann nehme ich natürlich den Top-Vertriebler vom Backbewerb, weil der ist ja dann auch bei mir top. Das kann sein, muss aber nicht. Anderes Umfeld, anderes Produkt, andere Art der Führung. Andere Umstände, und es kann sein, dass das super funktioniert, das muss aber nicht. Umgekehrt heißt das übrigens auch, ihr könnt die absolute Pfeife vom Wettbewerb nehmen, der da nichts gewissen hat, und der kann bei euch auch Arme durch die Decke gehen. Es gibt keinen 100% direkten Zusammenhang. Ich kann euch ein ganz, ganz einfaches Beispiel geben. Ich habe mich schon mal selbstständig gemacht, ganz am Anfang meiner Karriere, drei Jahre lang, endete damit, dass ich zum Sozialamt gegangen bin, Weihnachten, und gesagt habe, ihr müsst mir irgendjemand helfen, ich habe gar nichts mehr. Das war dann auch der Moment, wo ich mich wieder nach dem Job umgeguckt habe. Und dann war ich in einer Festanstellung und war fünf Jahre lang der erfolgreichste Personalberater in einem Team bis zu zehn Minuten. Fünf Jahre lang, konstant. Dann habe ich wieder gewechselt und habe nach einem halben Jahr mal eine Kündigung gekriegt, weil das Geld halt immer. So, also, wenn der mich eingestellt hätte, mein Chef, weil er gesagt hätte, Zawroski, drei Jahre, die absolute Pfeife, das lasse ich, der hätte einen Riesenumsatz verloren. Und ich übrigens auch. Und so waren wir alle glücklich. Ich habe mich natürlich nicht so verkauft, ich habe natürlich nicht gesagt, kriege ich nichts gerissen. Das dürfte auch nicht machen. Der Punkt ist aber der, totaler Misserfolg. Der absolute Erfolg und dann auch genauso wieder gescheitert. Es gibt keinen individuell verursachten Erfolg. Und wir gucken aber in der Personalauswahl immer alle nach dem Besten. Ja, nach dem Erfolgreichsten vom Wettbewerb, vom anderen Unternehmen, keine Ahnung was. Und die vermeintlichen Loser, lass mal nichts liegen. Du musst dich aber fragen, warum bist du denn ein Loser in deiner aktuellen Situation? Und kannst du bei mir vielleicht zum Superstar werden? Ja, die Frage stellen wir aber nicht. Sollten wir aber, weil, wir kommen ja von der Industrialisierung in die Digitalisierung, das böse Wort habt ihr ja schon mal gehört, aber keiner weiß genau, was damit gemeint ist. Aber das Wort Economic Forum gibt immer regelmäßig eine Liste raus, an den Top-Skills, die in der Zukunft gefragt werden, gefragt sind und ihr werdet feststellen, das ist jetzt auf Englisch, aber das könnt ihr ja nur halbwegs, mindestens genauso gut wie ich und das reicht, Fachkenntnisse stehen da nicht. Da steht analytisches Denken, aktives Lernen, Kreativität, Eigeninitiative, kritisches Denken, da sage ich immer ganz böse, das, was die Mitarbeiter nie durften, jetzt sollen sie es auf einmal, komplexe Probleme lösen, brauchte man ja auch nie, weil du hattest ja in der Industrialisierung immer deinen kleinen Bereich. Ja, dann gab es halt andere Abteilungen. So, da musste man sich mit der auseinandersetzen, aber die waren halt doof. Aber, dass ich den Gesamtüberblick haben muss, das gab es ja bisher nicht. Leadership und Social Influence, sage ich mal, mit Menschen, also mit Menschen zusammenarbeiten, Menschen anleiten, motivieren, Emotional-Kreativität, also, das sind die Skills der Zukunft, weil die Digitalisierung das mit sich bringt, das sich immer mehr verändert, ich muss immer stärker mit anderen Disziplinen zusammenarbeiten, ich kann mich viel weniger auf irgendwelche Mechanismen verlassen. Ich gehe morgen ins Büro und auf einmal sehen wir alles ganz anders. So, und das ist auch ein Grund, warum Guido Brustbach, einer der Top-Vordenker für New Work und Leadership, sagt, Fuck you, Technology, da bezieht er sich auf einen Artikel, dass die ganzen Menschen alle ins Silicon Valley reisen, um da zu erfahren, wie jetzt die Arbeit funktioniert, er sagt, das ist völliger Bullshit, die Digitalisierung vorhanden, Technologie-Wandel in einem Bereich, der seit fast 100 Jahren kaum Updates und Updates erfahren hat, der Management-Technologie, die Art und Weise, wie wir managen, und auch wie wir Mitarbeiter führen und managen, die funktionieren einfach nicht mehr. Und er sagt, Menschlichkeit ist der wichtigste Schlüssel für den zukünftigen Erfolg. Das, was uns eigentlich ausmacht, darauf komme ich noch, was das ist, das wird das Leseliche. Und hier habe ich euch einen Ausschnitt aus dem Manifest menschlicher Führung von Markus Reitner mitgebracht, Führung neu versteht, Aufdauer von Führung ist es nicht länger denormtes menschliches Arbeitsmaterial, gewinnbringend einzusetzen, tailor, sondern wie ein Gärtner ein Ökosystem zu schaffen und zu erreichen, in dem Menschen ihr individuelles Potenzial entfalten und im Sinne des Sex der Organisation einsetzen können. Klingt sehr esoterisch, wenn man das mal genauer durchdenkt, dann hat er ziemlich recht. Also, das war die erste These. Die Industrialisierung, die Gesetze der Industrialisierung funktionieren nicht mehr, erst recht nicht mehr, wenn wir uns jetzt über Digitalisierung unterhalten. Aber hier habe ich jetzt vergessen, das ist These 2, das hätte ich noch ändern müssen, ich habe es nämlich eben nochmal umgestellt. Und Personalauswahl braucht ein neues Fundament. Das habe ich jetzt gerade schon mal eingedeutet, der gemeindliche Gewinner, der gemeindliche Superstar, den wir immer nur alle einstellen wollen und alle suchen. Ich frage euch mal, kennt ihr das älteste Märchen in der Personalauswahl? Ist ein bisschen fiktiv, also das gibt es jetzt so nicht, aber habt ihr eine Idee, die größte Lüge könnte man es auch nennen in der Personalauswahl, dass es immer so gerne erzählt wird? Fachkräfte-Wahl, genau, sehr gut, nein, ist ein bisschen konstruiert. Uns geht es um Persönlichkeit. Zum Beispiel das größte Märchen überhaupt, stimmte noch nie, ich kann euch das auch beweisen, mache ich jetzt gleich, es ging noch nie, noch nie, noch nie um Persönlichkeit. Warum? Warum kann ich das sagen? Also, ich sage mal so, wenn ihr dann die drei besten, vermeintlich besten, Bestinnen ausgewählt habt und ihr sitzt mit dem im Gespräch, dann nehmt ihr die oder den, wo ihr sagt, oh Mensch, mit der, da würde ich auch mal ein Pippe Löhchen trinken gehen oder ein Mierchen oder sowas, dann fragt ihr nach Persönlichkeit. Vorher nicht, aber das ist genau der Fehler. Vorher musst du jetzt eigentlich langen. Geht aber nicht, warum nicht? Ich habe euch hier mal einen Ausschnitt von meinem Lebenslauf mitgebracht, so die erste Seite, ja, was da steht, ist gar nicht relevant, guckte ich einfach mal nur die Form an und letztens ist mir ein Wäschentrockner kaputt gegangen und dann habe ich mir so ein Produktdatenbetal gelegt. Ich merke, euch fällt was auf, ja, hier nochmal zum Vergleich, das menschliche Produktdaten darf der Lebenslauf. So, das ist mal das eine und jetzt zeige ich euch mal was anderes oder ich frage mal gerade, wer von euch ist denn in der Personalauswahl, also so Bewerbungssichten, jetzt macht man, ah, hier, doch einige Probleme. Ruft mir mal zu, wie lange beschäftigt ihr euch denn mit so einer Bewerbung, wenn ihr euch hier anguckt? Gefühlt so, was glaubt ihr? Wie lange guckt ihr euch die an? Maximal 10 Minuten. Maximal 10 Minuten. 2, 5, ja, okay, ich habe euch hier eine Studie mitgebracht von StepStone Österreich, die haben nämlich auch gerade gefragt, die haben auch gesagt, so 2 Minuten, ja, und die haben StepStone das beobachtet und gesagt, naja, tatsächlich sind es 43 Sekunden. Und jetzt möchte ich euch bitte, dass ihr euch eine Sache mal klar habt. Ich habe es hier oben schon hingestiegen. Ihr sucht, ihr möchtet jemanden einstellen für eine Position, die kostet euch pro Jahr je nach Position 40 bis 100.000 Euro. Ja, Arbeitgeberkosten und sonstiges. Pro Jahr. Da sind wir mal in 5 Jahren schnell bei einer Viertel oder einer Halben Million. Und wie viel Zeit bitte nehmen wir uns für die erste Entscheidung, ob wir so jemanden überhaupt einladen oder nicht, 43 Sekunden. Wenn ich einen Urlaub buche, der mich 2500 Euro kostet, zwei Wochen dauert, ja, dann kostet mich das ein Wochenende, um zu entscheiden, wo ich denn jetzt wie was buche. Und bei 50.000, 60.000, 70.000 Euro Investitionen pro Jahr meinen wir in 43 Sekunden, lasst es zwei Minuten sein, zu entscheiden, ja klar, da haben wir ein oder mehr, die kann das nicht. Finde ich, grenzwertig. Anderer Punkt, ihr habt das ja auch schon mitgekriegt, Deutsche Bahn, schafft Anschreiben ab für Azubis, ja so what, natürlich, was sollen die armen Schweine auch schreiben, ich bin 16 Jahre zur Schule, acht Jahre zur Schule gegangen und meine Hobbys sind so und so, ja, ne, also das kann man natürlich abschreiben, ich bin aber auch der Meinung, du kannst auch das grundsätzlich abschaffen. Auch hier wurde, das ist eine Umfrage, wurden Personale gefragt, warum wollt ihr den Warburg am Schreiben haben? Das ist jetzt leider, weil ich es ein bisschen installieren muss, es ist ein bisschen unscharf, möchte, es ist ein Weg zu beurteilen, ob Bewerber sich gut ausdrücken können, wo ich frage, ja für welchen Job ist das relevant? Ja, weder am Band, noch im Controlling, tatsächlich, manchmal, vielleicht im Vertrieb, aber auch da, mache ich nochmal ein Fragezeichen, zumindest schriftlich, und das absolute Ahmungszeugnis für alle Personale, ich möchte vor allem sehen, dass er oder sie sich Mühe gegeben hat. so ein armer Bewerber sitzt drei Stunden an seinem Anschlag und ihr geht in 43 Sekunden drüber, um dann zu sagen, boah, er kann das nicht. Da ist das mit der Mühe, aber so wird gearbeitet, Leute, ihr dürft mir alle wieder sprechen nachher, wenn ihr sagt, bei uns, ich habe immer Leute, die sagen, nein, bei uns läuft das ganz anders, ja, habe ich immer, das sage ich mal, gut, muss ich euch glauben, aber das ist mal so meine Realität in der Mehrheit, 95 Prozent aller Unternehmen, die ich kenne, da läuft das so. Und das ist doch, wie gesagt, so ein bisschen auf die Zeit achten, auch so die Frage, Tippfehler, Rechtschreibfehler, ein Anschreiben, ja, das sind solche Low-Brainer, das ist unfassbar, also ein Tippfehler ist in Ordnung, da habe ich darüber hinaus, das ist ein Ausschlusskriterium, ja, oder, ja gut, es kommt auch die Position drauf, an Produktionsmitarbeiter, da drücke ich mal in Augen zu. Leute, ganz ehrlich, nur mal kurz gefragt, wer hat es denn geschrieben, das Anschreiben, ja, wisst ihr nicht, kann auch ein Dienstleistung gemacht haben, natürlich frage ich mich, wer ist so bescheuert und haut in sein Anschreiben fünf Fehler rein, ja, aber ich habe meine Diplomarbeit zehnmal quer gegenlesen lassen, druck sie aus, mach sie auf und seh den ersten Fehler. Unfassbar, ja, so, abgesehen davon, es gibt einen super YouTube-Kanal von Professor Dr. Cunning, der euch einiges zerlegt, was wir so über Personalauswahlung zu haben, wir glauben, unter anderem auch die Aussagekraft, die Validität von Anschreiben, ist nämlich gleich null, also das könnt ihr komplett, hilft euch nicht zu beurteilen, ob jemand den Job kann oder nicht. Also, jetzt ist meine Frage, Persönlichkeit, wo ihr ernsthaft, wie soll das gehen? Nein, geht nicht. Auch diese Frage, naja, ist jemand Fußballer, dann ist er Teamspieler, ne, und die ist Wolferin, das ist eher so die Einzelkämpferin oder sowas, völliger Bullshit, eigensdiagnostisch, völliger Schrott, aber es gibt genug, die da auf Rachen. Der Punkt ist der, bewertet wird oft nicht die Passung für einen Job, sondern die Fähigkeit, sich zu bewerben. Ja, und Leute, ich mache ein Ressourcing von IT-Spezialisten, habe gerade heute wieder mit zwei Softwareentwicklern telefoniert, die sagen, Lebenslauf, wach mal, den muss ich erstmal wieder, ach, das dauert jetzt, den muss ich erstmal aktualisieren. Ja, die haben das gar nicht nötig, einen aktuellen Lebenslauf und einen schönen und sowas, ne, einer, der hat mir was hingebracht, wo ich gesagt, Junge, da weiß ich überhaupt nicht, was du kannst, kannst du wenigstens mal zwei Sachen noch ergänzen oder so, ja. So, je perfekter die Bewerbungsunterlagen, dann würde ich dann aufmerksam werden, das ist wahrscheinlich jemand, der sich hundertmal bewirbt, deswegen die Unterlage perfekt hat und nie genommen wird, weil, keine Ahnung, warum, ja, also, so, aber wir würden hier wahrscheinlich alle einladen, guck mal, die Bewerbungsunterlagen, das schöne Foto, kein Rechtschreibgebnis, ja, völliger Blitz. Wieso ist das so? Und das ist jetzt, das sind drei Screenshots von der Seite, die Keller haben wir unten auch angegeben, ich habe das von Dr. Cunning auch tatsächlich in den Kopf, der sagte, jedes Jahr werden 800 bis 1000 Publikationen zum Thema Personalauswahl aus der Forschung veröffentlicht, die finden alle in der Praxis, werden die komplett ignoriert, komplett, ja, und Erkenntnisse zur Eigenten der Praxis, bin nicht den Weg in die Öffentlichkeit, kann man darüber diskutieren, macht die Forschung noch was falsch, ich glaube ganz ehrlich, da ist auch viel Lustlosigkeit, und Interessenlosigkeit sagt es der Personaler, beziehungsweise sind ja alle Land unter, das Fazit ist, unsere Personalauswahl ist Schrott, ja, das sage ich mal in meinen Workshops auch, wenn ich dann mit den Führungskräften rede, dann sagen die, wie soll man es denn anders machen, ich sage, ja komm, da gibt es ja Möglichkeiten und so, aber mir ist eins ganz wichtig, ihr könnt nicht schlechter, das ist der Punkt, ihr könnt alles anders machen, ihr werdet nicht schlechter, ja, das ist die entscheidende Aussage, also seid mutig und experimentiert, außer ihr fangt an mit Schädeldeutung und sowas, Pathologie, ja, dann, okay, dann ziehe ich meine Aussage zurück, aber wenn ihr so den normalen Standard macht, den alle machen, dann, schlimmer geht es auch, eigentlich fast nicht, ja, fast nicht. Gut, These 3, wir müssen von der Ressource zum Menschen, mein Lieblingsthema, dann kommen wir nämlich auch zu Luther, und jetzt muss ich halt wirklich aufpassen, dass ich mich nicht verquatsche. Dr. Gerhard Hüther, Hirnforscher, geht momentan so ein bisschen steil in der HR-Szene, wurde als Speaker entdeckt, war jetzt auch beim Xing New Work Experience, in der Elbphilharmonie, hat einen super Vortrag gehalten, und er sagt, wir haben die Menschen zu Objekten gemacht. Er meint das ein bisschen allgemeiner noch, aber er sagt letztendlich, wir alle benutzen immer nur Individuen, um irgendwas zu erreichen für unsere Zwecke. Wir sehen nie das Individuum, nie das Subjekt, sondern wir sagen immer alle, ihr seid ja, ihr seid jetzt alle für eine Objekte, ihr seid ja alles für meine Zuhörer. Ja, so, ich mache euch jetzt zu meinen Objekten, mal so ein bisschen frei gesprochen. Er meint das ein bisschen allgemeiner, ich versuche das mal, oder in der Arbeitswelt ist es, glaube ich, noch noch Peter, ich stelle jemanden rein, ich sage, ich will dich haben als Mensch, und ich will dich haben als Recruiter, der mir die stellen will. Das ist auch legitim, dafür werde ich bezahlen. So, die Schlüsselfrage, das ist für mich aber, oder was ich gerne mit euch kurz machen möchte, ist die Frage, ja, was ist denn der Mensch überhaupt? Ja, das wird jetzt natürlich so ein bisschen philosophisch, ja, sorry, aber lasst euch mal noch ein, das eine, was ich ganz wichtig finde, weil wir unheimlich an so einer Welt leben, in der Individualisierung und Autonomie, ja, du bist dann, das Glück geschieht und so, Rolf Dobelli, Bestsellerautor, schreibt in dem Buch, die Kunst des guten Lebens, rufen Sie sich täglich in Erinnerung, dass alles, was Sie sind, was Sie haben können, ein Ergebnis bin, ein Zufall ist. Sagt vielleicht erst mal der ein oder andere, rööö, finde ich immer doof, aber warum sitzen wir hier nicht, weil ihr den freien Willen, sagt hier, Mensch, der Team hat eingeladen, nein, wir sitzen hier, weil wir das Jahr 2019 haben, in einer Demokratie in Deutschland leben, und deswegen die Freiheit haben, diese Veranstaltung zu machen, und zu besuchen. Zur gleichen Zeit in Jemen spielen sich ganz andere Dramen, da würde so eine Konferenz nie stattfinden. In Deutschland 1940 auch nicht. Wer von uns aber hat entschieden, dass wir jetzt in dieser Zeit, in diesem Ort leben? Niemand. Es hat noch niemand von euch entschieden, ich möchte jetzt gerne auf die Welt. Wir waren auf einmal da. Ja, so. Und dass bei der Geburt alles gut gegangen ist, und dass meine Mutter keine Alkoholikerin war, warum mein Vater mich vielleicht nicht geschlagen hat, oder sonst irgendwas. Auf all das hatten wir keinen Einfluss, aber all das bürgt Einfluss natürlich ja an der Weise, wie wir sind und wie wir leben. Dabei leben das die Eizelleren unternehmen. Finde ich in der Basis sehr realistisch, man könnte auch sagen, das Wesentliche im Leben wird dir geschenkt. Deine Intelligenz, deine soziale Empathie, und sonst irgendwas, natürlich können wir das auch trainieren, aber das Wesentliche, die Grundlage wird mir geschenkt. Luther, ja, Luther war ja begnadeter Seelsorger, der sagte mal zu einem Freund, der immer wieder ankam, sagte, Martin, Martin, ich habe schon wieder gesündigt, und so, hat Luther gesagt, lieber Freund, wenn du schon sündigst, dann sündige Tapfer. Also, dann genieß es halt auch, weil sündigen wirst du sowieso. Ja, es macht ja nicht immer den Kopf, völliger, wird's. Auf der anderen Seite, hoch und legender Theologe, Europa, so wie wir es kennen, hat wesentlich von Luther profitiert. Nicht nur von ihm natürlich, auch von vielen anderen Reformatoren. Luther sagt, hat erkannt, der Mensch geschieht, und das Leben ereignet sich. Das ist einfach so. Das Leben ereignet sich. Ich hatte letztes Jahr große Pläne, mit meiner Selbstständigkeit, was ich machen wollte, eine Frau geht zum Arzt, sagte vorher, Mensch, ich habe hier irgendwie so einen komischen Knubbel an der Brust, Diagnose Brustkrebs. So, dann habe ich drei Monate versucht, mein Pensum noch durchzuhalten, und saß dann irgendwann mit gefühlten Verdacht auf Herzinfarkt im Auto, und sagte, so kannst du nicht mehr weitergehen. Und dann habe ich alles runtergefahren. Das Leben geschieht. Meine Frau ist wieder gesund, dann ist es wieder gut, aber das Jahr wollen wir nicht nochmal. Haben wir uns aber nicht ausprobiert. Ihr glaubt, ihr habt den perfekten Job, alles ist super. Morgen kommt eine Kollegin und sagt, Henrik, ich pündige, und der neue Kollege da reinkommt, das ist so ein Strickstiefel, und ich denke, ich gehe weg. Eigentlich wollte ich hier in Rente, jetzt ist auf einmal alles anders. Das Leben geschieht. Und in wie vielen Jobs geschieht komische Dinge, wo Leute sagen, ich muss hier rechnen, oder ich kann es auch nicht arbeiten. Und dann sagen, du hast aber einen komischen Knick im Lebenslauf, das war ein Problem. Niemand ist frei, das finde ich super, ist eine Überschrift aus dem Spiegel, aus der Zeit, auch ein Hirnforscher. Und das sagen auch schon die Philosophen, und die Hirnforscher sagen es jetzt auch, der Mensch hat zwar einen Willen, aber er kann diesen Willen nicht wirklich beeinflussen. Das ist ja auch logisch unmöglich, wenn wir unseren Willen beeinflussen könnten, wodurch würde der Wille, der unseren Willen nicht beeinflussen. Schopenhauer hat es gesagt, hat gesagt, ich kann zwar tun, was ich will, aber ich kann nicht wollen, was ich will. Freud sagt, der Mensch ist nicht hier in seinem eigenen Haus. Das mit diesem freien Willen, das ist so eine Sache. Wir sagen nicht, oh jetzt mache ich das und das und haben uns das mal eben ausgesucht und morgen machen wir was anderes. Nein, das gibt schon Gründe, warum wir so sind, wie wir sind und warum wir so getrieben sind und auch einmal vielleicht getrieben werden. Ich war fünf Jahre, fünfeinhalb Jahre bei meinem eigenen Arbeitgeber und irgendwann war ich so anbefressen. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Dann habe ich einen Job in Frankfurt angenommen, habe am Wochenende, am Wochenende Beziehung geführt. Mein Chef hat mich immer gefragt, das ist doch Wahnsinn. Das bist du nicht, das ist doch Wahnsinn. Ich habe gesagt, doch, 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 ich muss diesen Job machen und so, das wird alles total geil. In komplett in die Hose und zwei Jahre später frage ich mich, was hat mich da eigentlich getrieben? Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch nicht sagen. Ein freier Wille war es nicht. Also irgendwas anderes, natürlich habe ich gesagt, das ist meine Entscheidung, aber ich wollte einfach von dir irgendwas weg. Luther sagt, der Mensch wird ständig tief aus sich heraus bewegt, etwas treibt ihn an, er sehnt sich nach etwas, aber er kann das woher und wohin nicht bestimmen. Das ist Luthers Lebenserfahrung des Menschen. Ich finde das sehr irgendwie demütigend, so ein bisschen. Das ist so, oh Mensch, wir sind doch so gerne frei und toll und so. Also, wenn ihr Menschen kennt, die irgendwie komische Dinge machen, wo ihr sagt, es wird daran liegen. Und irgendwann werden sie sagen, ja, so richtig weiß ich auch nicht, warum habe ich mich jetzt eigentlich von meiner Frau getrennt. Die neue war es jetzt eigentlich auch nicht. Oder unbekannt. Oder so. Ja, also, der Tempel von Delphi, die alten Gelehrten, die Weisen sagen, erkenne dich selbst, werde der du bist. Und jetzt sagt jeder von uns, nein, Moment, da ist noch ein Fehler drin, werde der du sein willst. Nein. Nein, werde nicht der du sein willst, weil was willst du denn sein? Du kannst dir nicht irgendwas vorstellen. Nein, werde der du bist. Wir haben eine Verantwortung, jeder von uns ist individuell angelegt und wir haben eine Verantwortung, das zu erkennen, wer wir sind. Ich werde nie, 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 nie ein guter Controller, nie ein guter Projektmanager. Aber ich bin ein super Kommunikator, ich kann Pastor werden, ich kann Prediger werden, ich kann Fernsehjournalist werden. Wetten, das würde es noch geben, wenn sie mich machen lassen. Ich kann Personalberater werden, ich kann ganz viel machen, weil ich Kommunikation kann, aber ich kann viele Sachen eben nicht. Und es macht keinen Sinn, jetzt zu sagen, ich werde jetzt Controller, einfach weil ich es mir vornehmen will. Nein, werde der du bist. Und wie schaffe ich das, indem ich mich erkenne und wie erkenne ich mich? Nur durch Ausprobungen. Ich kann es nur ausprobieren, ich kann da nicht nur intellektuell drüber nachdenken. Und das ist auch der Punkt, Hüther sagt, wir können nur in Gemeinschaft existieren. Es gibt uns als Einzelwesen sozusagen gar nicht. Und er meint damit, wir kommen auf die Welt mit allen Veranlagungen, aber dass wir laufen können, können wir nur, weil wir es bei uns abgucken von den anderen. Wir können nur reden, weil andere mit uns gehen. Wir sind Gemeinschaftsverfahren. Und ich erkenne mich auch nur selbst im Gegenüber mit anderen und dem anderen mir die Möglichkeiten geben. Ich erkenne nur, ob ich ein guter Redner bin, weil wenn andere sagen, Henrik, halt doch meine Rede. Oder Henrik, du willst deine Rede halten, alles klar, ich setz mich hin, hör dir zu. Ich erkenne mich selbst nur durch die anderen. Wir haben eine ganz, ganz große Verantwortung als Gemeinschaft. Und das ist jetzt ein bisschen sehr esoterisch. Er hat das so erklärt, dass er sagt, wir wollen immer nur anderen gefallen als Kind, wir wollen es immer nur anpassen und deswegen, wir verwickeln uns so. Wir verwickeln uns in Ansprüche, die andere an uns haben und wir sind gar nicht mehr wir selbst. Und irgendwann mit Mitte 40 stellen wir das fest und dann wollen wir da irgendwie raus. Aber wir können nicht. Das sagt die Gehirnforschung. Gehirnforschung. Ja? Wir müssen berührt werden, sagt er. Nur ein anderer kann mich berühren. Erlösung geschieht durch Begegnung. Begegnung. Jemand, der da in uns sieht, was am Potenzialverbrauch ist und der muss uns ansprechen und sagen, komm, mach doch mal. Ich traue dir das zu. Ja? Das können nur andere, das können wir nicht selber. Und ganz schön ist, dass die Bibel genau dasselbe sagt. Ein paar tausend Jahre vorher, vor der Gehirnforschung. Ihr kennt vielleicht, wenn ihr ein bisschen bibelfest seid, kennt ihr den Satz und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen. Luther übersetzt, hilfige Hilfe, die um ihn sei. Und daraus hat sie ja lange das Patriarchat gespeist. Er will die Frau zum Sündenfall verführt, in der Anteat und sowas. Und wurde ja auch nach ihm geschaffen. Also die ist auch unter dem Mann. Das Wort, was da richtig steht, im Originaltext im Hebräischen, heißt Wettung. Und dieses Wort wird auch benutzt, wenn die Psalmbeter zu Gott beten und sagen, woher kommt meine Rettung? Das ist dasselbe Wort. Meine Rettung kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das heißt, wer oben diese Bibel geschrieben hat, hat die Feststellung gemacht, wir Menschen sind einander Rettung. Auf der gleichen Ebene, wie es dieser Gott ist, den es gibt oder vielleicht auch nicht. Das finde ich eine sehr spannende Erkenntnis und die Gehirnforschung sagt heute, ja, wir sind ja eigentlich in der Gemeinschaftssebene. Da wussten die Gelernten früher schon. Das heißt, wir wissen gar nicht, was ein Mensch Christ kann oder was er nicht kann, aber wir müssen ihm aktiv helfen, das zu bezeichnen und das zu entwickeln. Und ich kann Talente nur erkennen, indem ich vielleicht, natürlich von mir aus einen Impuls kriege, aber dann muss ich die Möglichkeiten haben, das auszuleben. Ja, und wie viele Mitarbeiter sind bei euch oder wie viele Bewerber, wo ihr auf dem Platz seid, woher kommen Sie mal hin? Ich führe mein Jahresgespräch, einmal im Jahr, und das folgt zum Schema und ansonsten, was der Kerl oder so macht, weiß ich nicht. Und auch da sagt übrigens Kali, in dem Hybrid-Kanal, können Führungskräfte die Rastung ihrer Mitarbeiter beurteilen, eignen Sie die Agnostisch nicht. Auch schön, oder? Also, was ihr da jetzt an Bewertungen reinschreibt, ich weiß ja, was die Lösung ist, ja, aber so, auf jeden Fall in Zukunft Potenzial erkennen, Potenzial erkennen und Möglichkeiten schaffen. Okay, These 4, ich merke, ich bin ganz gut in der Zeit, jetzt wird es ein bisschen technologischer, weil alle reden ja von künstlicher Intelligenz, da kann ich jetzt einen Vortrag über eine Stunde halten, aber die Zeit habe ich nicht. Ich sage künstliche Intelligenz und alle anderen sagen auch unterstützt in HR, ja, im Recruiting, in der Personalauswahl, aber sie würden nie den Menschen ersetzen. Ich habe da jetzt nur einen Schwerpunkt belegt, den zeige ich euch mal. Spannend finde ich nämlich auch hier, Luther sagt, ich komme von einer Konferenz oder ich habe einen Freund betroffen, der kam aus Amerika aus von einer Konferenz zum Thema künstliche Intelligenz und sagt, hey, die Forscher, die wundern sich mal so ein bisschen, die künstliche Intelligenz stoppt. Die kommt nicht so richtig weiter und wir wissen nicht, woran es liegt. Hüther sagt, naja, es ist relativ einfach, Maschinen haben keine Bedürfnisse. Maschinen entwickeln nicht das Gefühl, oh, jetzt habe ich 100 Tage lang denselben Algorithmus gerechnet, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich möchte noch was anderes machen. Macht kein Algorithmus. Menschen machen das. Ja? Und Maschinen haben keine Bedürfnisse. Menschen schon. Und das möchte ich euch zeigen, weil es ist auch nochmal sehr, sehr spannend, auch nochmal wieder Schöpfungsbericht. Ja, aber Gott bildet den Menschen aus Staub und haucht in seine Nase den Atem des Lebens und das geschah der Mensch. Und auch hier kennt ihr vielleicht, der Mensch wurde eine lebendige Seele. Das Originalwort heißt Näfisch. Und die Wissenschaft hat lange gerätselt, was ist denn diese Näfisch? Man hat es jetzt vor 30, 40 Jahren rausgekriegt. Näfisch heißt übersetzt Kehle, Hals, Rachen, Schlund. Ja? Man kann es auch übersetzen mit Wünschen und Begehren. Also man könnte sagen, die Bibel sagt, die Menschen haben nicht Bedürfnis, die Menschen sind bedürfnend. Auch wieder eine sehr spannende Sicht auf die Dinger, finde ich. Und ihr könnt mir gerade überlegen, was passiert, wenn ihr euer dringstes Bedürfnis unterdrückt. Was ist das dringste Bedürfnis, was wir alle haben? Entschuldigung? Atmen. Essen. Genau. Ja? Atmen machen wir übrigens ganz automatisch. Wir fangen irgendwann damit an und hören irgendwann wieder auf. Die Sonsten halten kennen wir nicht. Ja? Ohne Atmen sind wir durch. Ohne Essen und Trinken in der Wüste drei Tage. Das war's. Könnt ihr noch so intelligent sein und noch so sportlich und noch so clever. Das sind Grundbedürfnisse. Wir sind bedürflich. Und dann kommen noch diese ganzen Themen wie Liebe, Annahme, ich will beachtet sein, lobe mich doch mal und so. Diese ganzen zwischenmenschlichen Schwierigkeiten, die kommen alle noch dazu. Weil wir so sind. Wir sind einfach so. Jetzt kann man fragen, Silicon Valley sagt, ja, doofe Menschen, die kriegen wir doch besser mit Cyborgs und sowas, ja, mit Technologie. Oder wir könnten sagen, hey, ist das vielleicht das, was uns eigentlich auszeichnet? und uns besonders macht und was eigentlich unsere große Chance ist? Kann man drüber streiten. Toyota hatte ja vor einigen Jahren massive Qualitätsprobleme, ne, die standen ja immer für Top-Qualität und dann ist der Vice-President, der fertigen Chef der Karai, hat sich überlegt, wie kann das denn eigentlich sein? Und hat gesagt, gibt es irgendwo ein Werk, wo wir wenig automatisiert haben? Ja? Und hat sich dann ein Werk in Brasilien dann irgendwie gefunden. Und ich glaube, er hat gesagt, wo sind denn die Werke mit den wenigsten Qualitätsproblemen? War es ein Werk in Brasilien und da war wenig Automatisierung? Und er hat festgestellt, wer macht den Unterschied? Der Mensch, der Arbeiter, die Arbeiter, ja, die dann dann feststellen, hey, hier gibt es ein Problem und ich finde jetzt eine Lösung. Und er hat dann gesagt, natürlich können wir mit einer Fabrik Autos nur mit Robotern bauen, aber eine solche Produktion würde für immer auf derselben Entwicklungsstufe verfahren. Roboter verbessern Prozesse nicht. Nur Menschen können Prozesse verbessern. Sagt jemand, der in einer Branche liegt, die hochgradig von Automatisierung und von schnellen Geschwindigkeiten und niedrigen Kosten liegt. Und hier nochmal ein anderer Hirnforscher, der sagt, es gibt keine einzige Maschine, die kreativ ist. Das würde bedeuten, dass sie mit einer Regel brechen kann und das mit einem bestimmten Ziel. Das machen Maschinen nicht. Also, wir feiern halt künstliche Intelligenz, der Witz ist, wir wissen noch nicht mal die menschliche Intelligenz funktioniert und glauben, wir hätten jetzt eine künstliche geschaffen. IBM spricht auch mal ganz bewusst von der erweiterten Intelligenz und nicht der künstlichen. Und der Punkt aktuell ist, es gibt eine starke K.I. und eine schwache K.I. Die ganzen Beispiele mit dieser Computer, der das Bospiel gewinnt oder den Schachweltmeisterschlägen und so was, die sind alle trainiert auf eine ganz bestimmte Tätigkeit. Das ist schwache K.I. Aber die kann sie sehr, sehr gut. Aber eine starke K.I., die würde gleichzeitig Schach spielen mit dir in den Brotbacken, die Kinder, die Hausaufgaben abfragen und noch nebenbei Tennis spielen, weil überspitzt gesagt, das können die nicht. Sind sie überfordert, werden wir auch so schnell nicht hinkriegen. Eine Tätigkeit, aber die spezialisiert, deswegen reden wir von künstlicher Intelligenz, von Prozessaufgaben. Es gibt einen ganz klar definierten Prozess, der sich auch nicht ändert. Natürlich kann künstliche Intelligenz ein Algorithmus, den viel, viel besser als jeder Mensch. Ich bin sogar sehr froh, wenn die einem dann diese langweiligen Sachen abnehmen. Und hier nochmal Canning, in der Hand ist das ein ganz frischer Artikel. Er meint, der zeigt, ist der K.I. Einsatz in der Personalgeschichte kaum sinnvoll. Er bezieht sich dann natürlich nicht nur auf die Personalauswahl. Da gibt es ja verschiedene Anbieter, die da, also wer heute was im Recruiting macht und nicht K.I. draufsteigt, der hat ja schon verloren. Faktisch steckt aber auch nie K.I. hinter. Was künstliche Intelligenz, was Algorithmen können werden, ist mit Sicherheit also ein gut gemachter Chatbot. Ich suche einen Job in der Logistik. Hier sind drei Jobgebote in der Logistik. Und muss ich brauchen einen Führerschein, soll sein, das ist also ein gut gemachter Chatbot, der mich da ein bisschen durchführt. Aber Leute, ich suche Cloud-Spezialisten, IT-Spezialisten. Die haben eine ganz spezifische Frage. Arbeitet ihr auch mit der Technologie so und so und wie sieht das eigentlich aus, wenn ich freitags oder trotzdem mal Homeoffice machen will und so was. Und mit wem wollte ich sprechen? Mit einem Menschen und nicht mit dem Chatbot. Und wenn ich nur drei Bewerber habe oder drei Interessenten, dann jage ich die garantiert nicht durch eine künstliche Intelligenz, dann rede ich selber mit denen. Warnung. Wenn ihr 500 Bewerbungen habt, die euch doofe Fragen stellen, dann ist ein Chatbot perfekt. Aber ich glaube, die Zeiten sind so langsam vorbei, vielleicht bei euch auch nicht. Bringt mich zur These 5, ich habe es gerade schon ein bisschen eingeleitet, mit Menschen sprechen. Hiring Manager werden der Schlüssel im Recruiting. Experten wollen mit Experten reden. Das ist ein großer Trend, den ihr jetzt feststellen werdet, gerade die großen Unternehmen, ich weiß nicht, ich habe jetzt ehrlich gesagt, von Bosch, mit Sicherheit habt ihr auch etwas sagen, aber jetzt im Portfolio gehabt. Telekom hat ein Open Space in Berlin, danach in Köln aufgebaut und hat gesagt, kommt alle vorbei, alle Freelancen, ihr könnt hier bei uns arbeiten, ja, und werben uns noch geile Events, da könnt ihr immer auch unsere Experten fragen, so. Ja, lief super. Warum? Ich will doch meine Führungskraft so früh wie möglich kennenlernen, oder auch die Mitarbeiter, die Kolleginnen und so was, ja, nicht diese Personaler, die keine Fragen beantworten können, ja, erlebt ihr auch immer auf Messen, ne, in dem Moment, wo ihr eine Fachkollegin da stehen habt, die auch noch Fragen beantworten kann, den Ingenieur oder so, ja, dann freuen die sich alle und HR sagt immer, ja, das kann ich dir jetzt so oft nicht beantworten, aber wir melden uns gerne bei dir oder so, ich mache das ein bisschen böse, ja, natürlich, die Guten kennen sich natürlich auch aus, aber am Ende des Tages, wen will ich kennenlernen, die Leute, mit denen ich arbeite und das am liebsten offline, ja, und Deinlau und O7 und so, die machen alle solche Geschichten, ja, die fahren alle auf, kommt doch einfach erst mal vorbei, lernt uns kennen, ja, und unterhaltet euch auf fachlicher Art. Recruiting von Spezialisten läuft immer mehr über die Kompetenz der Kollegen, ja, ich suche jetzt gerade wieder, wie gesagt, IT-Spezialisten, da gibt es zum Beispiel ForScotty, also Plattformen, und dann stellen die dir Fragen, also die ITler stellen dir Fragen, arbeitet die auch so und so, mit welchen, kann ich mir eine Technologie-Frage auswählen, wie ist das mit Agile und hast du nicht gesehen, und ich sitze und sage, boah, ja, die gute alte Zeit ist auch schon lang vorbei, ne, wo das Unternehmen die Fragen gestellt hat, ja, kann ich dann auch die Fragen beantworten, ja, mal gucken, zum Tag, also spätestens da holt ihr die Kollegen, die Fachkolleginnen und Kollegen mit rein, ja, und dann sagen die auch, kann ich mal mit der Führungskraft sprechen, telefonieren, so, also bevor ich mir jetzt den Aufwand mache, mich zu bewerben, kann ich mal telefonieren, ich habe da noch mal ein paar Fragen, das ist die Realität, in der ich lebe, ja, und dann muss so eine Führungskraft sagen, ja, hier bin ich, gebe ihm meine Nummer, ja, und ich habe keine Zeit, also soll man seine Unterlagen schicken, ja, das machen wir auch. Häufigster Grund für Scheitern in einem Bewerbungsprozess zu langsam, Bewerber haben in der Zwischenzeit eine andere Stelle gefunden, hat Personio gefragt, also Personio hat Bewerber gefragt, ja, warum scheitert der Einstellungsprozess, weil sie waren zu langsam, und ich kenne Unternehmen, die freuen sich, die wollen, dass sie nach drei, vier Wochen einen Bewerber mal eine Rückmeldung geben, ich sage, in zwei Wochen habt ihr die Stelle besetzt, also zwei Wochen nach Bewerbungseingang, ist es ganz easy möglich, jemanden einzustellen, ja, und nicht nach vier Wochen erst eine Rückmeldung zu geben. Das mag super sein, vielleicht zu früh, aber reicht eigentlich auch nicht, ne. Aber woran liegt das denn? Das hat ja einen Grund, das ist ja nicht, weil alle doof sind, ja. der Flaschenheiz ist die Führungskraft. Ja, wie viele Unternehmen kenne ich, wo HR immer hinterher telefoniert, nach vier Wochen immer noch ein Feedback, ja. Auf der anderen Seite, die Stelle muss der ganz, ganz dringend besetzt werden, ganz, ganz dringend. Ja. So, dann ein Feedback. Oder auch sehr schön, nee, ich glaube, der passt nicht, ja. Ich habe das als Personalberater, ich habe mit den Leuten telefoniert, ich habe Dossiers geschrieben, anderthalb Seiten, habe erklärt, gemacht, getan. Dann ruft mich der Person an, der passt nicht. Ich sage, wieso passt nicht, der kann das und das nicht. Ich sage, ich habe das reingeschrieben, lest ihr das eigentlich? Nee, wird nicht gelesen. Ja, da wird drüber geguckt, sind da die Stichwörter drin, im Lebenslauf, ist das irgendwie, ist das klar, habe ich Fragezeichen, Fragezeichen sind doof, habe ich keine Zeit für weg, der kann das nicht. Ich kann euch sagen, 30% der Leute, die anhand ihrer Unterlagen einen Job nicht können, aus teurer Sicht, können nicht. Das ist meine Erfahrung. Der Punkt ist, ihr werdet das nie feststellen, bei denen, die ihr absagt, die seht ihr ja nie wieder. Ihr werdet ja nie erfahren, habt ihr denselben Job beim Wettbewerb oder sonst so machen und dann richtig geil performt. Ihr habt ja gar nicht gesagt. Ihr seht nur die, die ihr einstellt und die dann nicht performt. Ihr habt dann irgendwie einen Fehler gemacht. Aber die ganzen Fehler, die ihr macht, weil ihr den falschen Worten absagt, das kriegt ihr ja nicht mit. Deswegen glauben die meisten Personale im Fachbereich immer noch, sie wählen gut aus. Nee, die Größenfehler kriegen sie ja nicht mit. So, das ist der Punkt, keine Zeit für Bewerbung, das ist immer das, was ich höre. Ich bin ja so Land unter, ja, aber dann geht Recruiting in die Hose. Ich kann euch das sagen, da wo ich in Innenmärkten Stellen besetze, dann funktioniert das nur, weil die Führungskraft mitzieht. Ja, wenn ihr es nicht tut, braucht ihr einen, könnt ihr die Stelle gleichwertig machen. Das ist auch übrigens was, was, was sind wir noch, ne, dann sind die guten Bewerber, die sind doch schon wieder gegangen, so nach vier, sechs Wochen, ja, und dann braucht ihr nochmal zwei Wochen, um Termin zu finden und so, dann sind acht Wochen rum und dann, die guten sind dann in der Regel schon weg, außer ihr seid Porsche oder sowas oder hier, man will unbedingt bei euch arbeiten, da wartet der eine oder andere Bewerber, die Bewerber kommt schon mal länger. Ich habe gleich noch eine Story, die kommt aber zum Schluss, die erzähle ich halt noch. Jobs, die keiner mehr versteht, Cloud-Architekt, ich verstehe das nicht mehr, ich verstehe das nicht, ich bin Personaler, ich bin kein, also, ich bin noch nicht mal richtig Personaler, ich bin irgendwas weiß ich auch nicht. Ich habe eine grobe Ahnung und jetzt sehe ich ein Profil auf Xing, LinkedIn, for Scotty und so und so und denke, mach mal abgleich, drei Begriffe kommen drin vor, aber reicht ich das jetzt oder nicht? Ich habe heute Morgen mit einem Software-Header definiert, für einen Job und dann sagt der Herr Rossi, ja, das ist eigentlich nicht mehr das, was ich mache, ich mache jetzt die Technologie so und so. Ich denke, Technologie so und so. Hier, hab ich, ja, ich hab ich, hab ich, haben wir auch, ne, hier, anderes Team, haben wir auch. Ja, okay, okay, aber das müssen wir drüber treiben und dann lässt er im Nebensatz fallen, dass er ja auch Hosting macht mit AWS und sonst etwas. Ich sage, Moment, du machst was, Hosting-Cloud, da habe ich auch noch, da habe ich auch noch was. Ja? Da steigt doch keiner mehr durch. Als Personaler oder als Fachbremder steigt doch keiner mehr durch. Jetzt, jetzt telefoniert oder jetzt sieht eine Führungskraft, also ein Spezialist, ein Fachspezialist, ein Profil von jemandem und kann viel, viel besser zuordnen. Ey, könnte er das oder sie das? Was würde fehlen? Ey, lohnt sich das, den mal anzurufen oder ist das so weit weg? Können wir doch gar nicht. Führungskraft, also die Fachleute können das. Ja? HR sagt, kannst du mir das nochmal erklären? Ja? Und das ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ja? Und wenn ich seit zehn Jahren IT-Recruiting mache, dann kenne ich den Unterschied zwischen Java, also J2E und JavaScript. Ja. Aber wenn ich das auf dem Zoomer mache, dann kenne ich den Unterschied nicht. Und hier bei den Cloud-Architekten bin ich komplett aus. Also, Sourcing wird Aufgabe der Fachbereiche, alle anderen verstehen den Fachbereichen. Und wie cool ist es denn, wenn ich als IT-Spezialist oder Controller oder sowas von meinem zukünftigen Geschäft angeschrieben werde? Über Xing, LinkedIn oder whatever. Müller, ihr habt ein Profil gesehen, super, wir machen alle das und das. Sag mal, wollen wir mal schnacken? Ist doch viel schöner, als wenn Personaldienstleister oder HR schreibt, Mensch, dann würde ich mir vorstellen, ich glaube, das passt ganz gut, da brauchen wir mal reden. Hat eine ganz andere Wertigkeit. Okay. Aber da sehen wir dann, wir müssen dann aber auch die Zeit dafür haben. Also, das wäre noch mal zu diskutieren. Ich muss zum Schluss kommen. These 6. Offline-Netzwerk und Personal Branding nehmen an Bedeutung zu. Bin schon, ich reiße jetzt die Zeit, deswegen ganz kurz. Kann ich euch sehr empfehlen, ich denke aber, Janski, das Recruiting-Dilemma, jetzt skizziert den Markt, wenn Vollbeschäftigung ist, also in 5 Jahren, dann sagt man, Leute, dann sucht ihr nichts mehr aus. Dann nehmt ihr, was ihr kriegt. Müssten mal gucken, wie ihr klarkommt. Es gibt zwei Strategien, Caring-Company, ich pamper meine Mitarbeiter so, dass die hier nie weggehen oder fluide Organisationen, die wissen, ich habe hier so gute Leute und sitze in Hamburg, die haben so viel Auswahl, die gehen eh. Das heißt, bevor denen langweilig wird und sie gehen, suche ich den neuen Job. Ich als Unternehmen, ich als Führungskraft. Und sagt, Müller, hier, neuer Job und dann habe ich die Idee und die Hoffnung, da lernst du richtig geilen Scheins, den du bei mir nicht lernst, wenn in 3 Jahren rufe ich dich an und sage, Müller, ich brauche dich. Und dann kommt Müller zurück. Weil er sagt, hey, du hast mir damals einen geilen Job besorgt. Netzwerk. Kann man sich heute noch nicht vorstellen. So, der Punkt ist doch der, Recruiting ist ein Langzeitgeschäft, ihr seid alle noch, so wie ich euch sehe, ihr geht alle nicht morgen in Rente. Die Kontakte, die ich vor 10 Jahren gemacht habe, das könnte morgen ja Einstellung sein von morgen. Ihr müsst aber ins Gespräch kommen und ihr müsst mit den Leuten im Gespräch bleiben, in Kontakt bleiben, das geht nur über Netzwerk. Nochmal hier, das Weislauf von der Deutschen Bahn, Offline, die Menschen kennenlernen, das ist jetzt hier und ganz neu ist, sie werden Digital Misfits, in Köln wird das für Techies und alle, die so irgendwie New Work und sowas liegen, da verletzen sich einfach Leute. Da könntet ihr dabei sein, auch als Führungskraft zum Beispiel oder als Personal, aber so zu sagen, hey, ich bin eine gute Sau, du bist eine gute Sau, auch mal reden, so. Über Technologie, über Projekte, über Themen, keine Ahnung, nicht über Jobs, ja, der Telekom, Otto, Mitarbeiter als Influencer, es geht um Branding, es geht darum, bekannt zu werden, als Person. Ich habe inzwischen auch, hier, Luther des Recruiting, wurde mir mal zugeschrieben, ja, habe ich dann dankbar aufgenommen, aufgegriffen. Das ist inzwischen so ein Begriff, in der Personaler-Szene, zumindest in der, in der ich mich beflege, in der Blase, sagen alle, jetzt haben ausgeklagt, dass das Recruiting-Skart, kümmern, hat ein Image, hat ein Ruf. Wie geil wäre es denn, wenn das jeder von euch in einem gewissen Maße, das muss euch nicht die ganze Welt kennen, aber die Szene, in der ihr euch bewegt, dann passiert euch das, wie Guido Bosbach, der hat auf LinkedIn inzwischen 45.000 Follower, jetzt lasst den mal eine Schellenanzeige posten. Das sehen zwar nicht 45.000, aber 1.000 für umsonst, braucht der bei Steps noch keine Anzeige-Schein und der ist authentisch, da wissen die Leute, also die, die kennen ihn, ja, und die wissen, hey, wenn der jetzt was postet und so, dann scheint er, müsste das eigentlich auch gut sein. Oder ich habe hier in meinem Netzwerk, das Postum hatte dann irgendwie 14.000 Ansichten, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und da habe ich mich in langen Zeit im Beratungsumfeld getruggelt habe, hier hat der B, die Y, die C, die Extension, so, wenn ich da mal einen Job in Google poste oder etwas anderes angespannt ist, da habe ich mit Sicherheit drei Leute, die sagen, ich hätte so rausgehen, ne, ich hätte Interesse. Und das Ganze, das macht ja auch noch Spaß, ne, also, habe ich jetzt hier den Vortrag gepostet, oder hier habe ich meinen Online-Kurs beworben, stellt man sich, natürlich musst du auch ein bisschen die Type dafür sein, ne, sich mal vor eine Kamera stellen oder sowas, musst du auch Lust drauf haben, machst so 30 Sekunden, das ist aber auch ein Trend, ihr merkt das immer mehr, dass die Unternehmen hingehen und sagen, jetzt stellen wir unsere Fachbereiche vor mit einem kurzen Video, ja. So, hier, Leiter-IT oder Leiter-Reportorling oder was auch immer, erzählen mal gerade, wie sie so tickt und warum sie hier in Städte zu besetzen, ist doch viel geiler als so ein Stellanzeiger auf Stepsack. So, und letzte These, nur ein respektierter Recruiter ist, und Recruiterin natürlich ist ein guter Recruiter, ich werde jetzt also fünf Minuten überziehen. Das ist die Realität, alles als Recruiter, Entschuldigung, da ist ein Fehler, als Recruiter alles richtig gemacht, ja, Kandidat gefunden, Cloud-Architekt, anderthalb Jahre besucht, SAP, HCM, anderthalb Jahre, und dann, wenn man stült, sich mal einer vor mein Bildschirm und ich auf meinem Bildschirm bin, ja, Bildschirm, so, ja, anderthalb Jahre, Wahnsinn. So, alles richtig gemacht, aber dann, das ist ja die Realität, die ganze Arbeit umsonst, weil der Fachbereich hat es wieder verloren, ja, wieder sechs Wochen lang nicht gemeldet, ja, oder den Bewerber gefragt, warum haben sie sich denn bei uns beworben, ja, die Food wurden euch angesprochen, also, ja, jetzt wird er euch nicht. Danke, so. Recruiterin ist heute nicht, wenn nur Kandidaten finden, sondern Handlingmanager steuern. Und ich habe dazu einen Vortrag gehalten auf dem Storcing Summit, Leute, ich habe so viele dicken Gesichter, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, ja. Die Handlingmanager sind ja Flaschenheiz, und ihr als Personaler, das ist euer Job, die Handlingmanager zu steuern, dass die ihren Job gut machen im Recruiting, ja, weil es sind nicht mehr Bewerber und Überschreiter, aber arbeiten. Es gibt keinen mehr, es gibt natürlich, es gibt immer welche, ja, immer, überhaupt keine Frage, Chef ist doof, ich muss direkt oder was, ja, so, habe eine neue Freundin in München, ziehe auf einmal von Hamburg nach München, ja, so, dann suche ich einen Job, natürlich, überhaupt keine Frage, aber im Großen und Ganzen, in dem Bereich, wo ich mich bewege, ist der Markt mehr, Punkt, ja. So, deswegen, liebe Recruiter, alle, wie ihr seid, ihr müsst für eure Arbeit und auch für eure Kandidaten kämpfen, ja, ihr seid die Arbeitsmarktexperten, es geht nicht, wenn ihr ein Jahr lang sucht und ihr habt drei Bewerber und dann der Fachbereich sagt, boah, doch, der kann das nicht, ja, dann müsst ihr sagen, lass mal auf, Junge, das sind jetzt die einzigen drei, die es gibt und die kriegst du und davon liebst du alle drei ein oder telefonierst du mir zum Beispiel. Dann müsst ihr euch natürlich sicher sein, dass das nicht die absoluten Vollpfeifen sind, aber ihr habt ja mit denen telefoniert, ihr müsst ja schon mal einen Eindruck haben, aber das setzt ihr durch. Ihr sagt, nein, lieber Fachbereich, du sprichst jetzt mit diesem Kandidaten, das ist euer Job. Weil der Fachbereich denkt, oh, gibt ja noch genug, HR ist nur zu doof, die kriegen es nicht hin, jetzt haben sie mal drei irgendwo rausgemelden, dann wird es ja wohl noch mehr geben, ja, ihr seid ihr Experten, eigentlich sollten das die Führungskräfte sein, der Fachbereich, der sollten eigentlich, das sollten eigentlich die Experten sein. Ein Hiringmanager ist kein Guru, der darf man auch gerne mal wieder sprechen. Ich würde sogar sagen, muss, die können ihren Job, aber die können in der Regel nicht so gut Recruiting, weil das machen sie nicht so. Außerdem machen das jeden Tag, ja, da macht man einen Haken ab, aber da werdet ihr es auch nicht erleben, ja, die nur drei Bewerber, und die können das nicht. Nein, die werden sagen, alles klar, drei Bewerber, super, ich rufe die an. Die Buchen machen das, ja, und ihr müsst sie da hinbringen. Der Punkt ist nämlich der, wer ladet eigentlich am meisten unter der, glaubst du, dass es nicht besetzt ist, HR kriegt zweimal einen auf den Deckel, aber das kennen wir ja. Das ist ja Daily Business. Nein, aber wer ladet wirklich? Derjenige, der die Stelle nicht besetzt hat, ist der Fachbereich. Das müsst ihr den Leuten mal klar haben. So, und das ist die Geschichte, die ich erzählen wollte, Rute Neher, ja, Recruiting bei der Telekom, hat jetzt ihr Recruiting-Team angewiesen, wenn der Fachbereich nach einer gewissen Zeit keine Rückmeldung gibt, und die kriegen eine gelbe Karte, noch eine gelbe Karte, und dann heißt es, pass mal auf, wenn bis irgendwo keine Rückmeldung, dann schließen wir die Stelle, und dann sagt es, nein, du wärmer, und das zieht mir jetzt auch durch. Und das Witzige ist die Reaktion, echt? Ich schließe die Stelle, oh, okay. Wo du dich fragst. Und Leute, jetzt sage ich, ich sage nie, ich muss ein Gute, ja, also ich habe das auch schon erzählt, und ich darf das auch, ich garantiere euch, das ist bei euch ähnlich, ja, weil wenn jemand wirklich, 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 es nicht hinkriegt, so eine Stelle zu besetzen, weil er einmal sagt, ich habe so viel zu tun, der hat eigentlich keine Not, der stimmt irgendwas nicht, ja, so, die sagen halt, so offensichtlich, hast du keinen Einstellungsbedarf, wir machen die Stelle nicht, und Telekom sagt dann natürlich, die Bewerber, die kriege ich auch noch irgendwo anders unter, wenn ich im Laden bin mit 50 Mitarbeitern, ja, dann muss ich dem Bewerber sagen, oh, ich habe auch noch etwas anderes für dich, ne, das ist dann immer schade. Mit Nett besetzt im Recruiting in Zukunft keine Stelle mehr. Also wenn ihr immer nur, ja, liebe Führungskraft, ich gehe nochmal auf die Suche, und ich frage nochmal den fünften Personalberater, jetzt haben wir Kienbaum und Heidlick und so, haben wir alle durch, ja, allerdings gerissen, irgendeinen Film aber bestimmt nochmal, nee, da muss der Bohr mehr irgendwo anders liegen, ja, und der liegt wahrscheinlich bei der Stellung bei Heiligen Menschen. Also mit nur Nett schafft er es nicht mehr, der Punkt ist aber der, und das kann ich aus eigener Farbe sagen, wenn ihr das durchzieht, dann macht ihr auch einen guten Job, und das merkt dann auch die Heiligen Menschen, und dann werden sie euch auch dafür lieben. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Applaus